Corinna hat ein Ausgangsgewicht von 64 Kilo bei einer Körpergröße von 1,68 Meter. In der Talie messen wir einen Umfang von etwa 71 und am Bauch von 92 Zentimetern. Studentin Sarah wiegt bei 1,66 Meter Körpergröße 55 Kilo. In der Talie misst sie 70, am Bauch 85 Zentimeter. Bands wieder. Jetzt kommt der große Moment. Vor einer Woche wog Corinna 64 Kilo. Und jetzt? Ja, sehr schütternd das Ganze. Hat sich nichts getan und Corinna ist trotz des Wundermittels völlig gleich geblieben.